Katastrophe, Schiffsbrand. Wie gefährlich sind E-Autos auf Fähren? Moin und herzlich willkommen. Vor der niederländischen Küste brennt aktuell ein Frachter mit fast 3.800 Autos an Bord. Der Fall spielt in der Nordsee und damit nicht direkt bei uns, aber auch in der Ostsee könnte solch ein Unfall passieren. Doch wie sicher sind Fähren und Frachter? Die Ursache des Feuers vor der niederländischen Küste ist noch unklar. Nach ersten Informationen könnte die Batterie eines Elektroautos den Brand ausgelöst haben. Auch im Rostocker Hafen werden Autos verladen, darunter auch viele mit Elektro- oder Hybridantrieb, die anschließend über die Ostsee verschifft werden. Von Rostock und Sassnitz aus legen aber auch täglich Fähren ab, die Richtung Gezer und Trelleborg unterwegs sind. Auch hier sind immer mehr E-Autos an Bord. Doch wie gefährlich sind sie für die Überfahrten? Und darüber wollen wir sprechen mit Christoph Tietgen. Er ist Pressesprecher vom ADAC Hansa und ist uns aus Rostock zugeschaltet. Herr Tietgen, der Brand an Bord dieses Frachters, wie schätzen Sie das dort ein? Es ist natürlich eine ganz katastrophale Situation da vor Ort. Das Problem ist, dass man natürlich erstmal nicht auf das Schiff raufkommt, um den Brand zu löschen. Wenn so ein E-Auto nämlich in Brand gerät, ja, dann ist es natürlich die Batterie, die Lithium-Ionen-Batterie, die brennt. Die ist von außen gegen Löschwasser oder gegen Wasser überhaupt gut geschützt, damit eben nichts passiert. So, das heißt also, es brennt und brennt und brennt und eigentlich kann keiner den Brand löschen. Also, das wird sehr herausfordernd und sehr spannend sein, wie die Rettungskräfte vor Ort die Situation unter Kontrolle kriegen wollen. Sollten denn Reedereien angesichts immer mehr werdender E-Autos, das war jetzt ein Frachter, aber auch auf Fähren sind ja viele E-Autos unterwegs, sollten die da möglicherweise ihre Sicherheitsvorkehrungen überdenken und gegebenenfalls nachbessern? Naja, letztendlich ist es natürlich eine Abwägungssache von den Reedereien selbst, wie hoch sie das Risiko tragen wollen. Generell kann man wirklich sagen, dass das Entzünden eines E-Autos nicht häufiger ist als das eines Verbrenners. Das heißt also, man sieht ja auch in den letzten Jahren wurden Tausende von E-Autos transportiert, es wurden die hergebracht, von China rüber transportiert oder wo auch immer hin und da ist nichts passiert. So, jetzt ist mein Auto in Brand geraten, ein E-Auto offensichtlich. Ja, und wenn das passiert, dann ist es natürlich richtig schlimm und richtig schwer unter Kontrolle zu kriegen. Aber letztendlich bleibt eine Abwägungssache für die Reedereien. Aber die Chance, dass sowas noch passiert, ist natürlich sehr gering. Bergen denn generell Elektroautos ein größeres Brandrisiko? Also Elektroautos und Verbrenner haben das gleiche Risiko zu verbrennen oder in Brand zu geraten. Wir haben einen Crash-Test gehabt, das hat gezeigt, dass da wirklich kein Unterschied ist, weil eben die Batterien so verbaut sind, damit so etwas eben nicht passiert. Aber was passiert, wenn es doch mal passiert, also wenn es doch zu einem größeren Unfall kommt und es in Brand gerät, das Auto? Genau, also es muss schon ein sehr, sehr großer und heftiger Unfall sein, damit so etwas passiert. Wenn das passiert, natürlich sofort den Wagen verlassen. Dann kommt die Feuerwehr und kann eigentlich erstmal nur mit Wasser wirklich den Wagen versuchen zu löschen. Schrauben, Schaum, Pulver etc. bringt da nichts. Man muss nämlich die Temperatur runterbringen. Und dann, wenn der Brand gelöscht ist, dann frachten die Feuerwehren meistens noch das Auto in einer Art Wasserbass hängen, um das dann wegzufahren, weil nämlich die Wiederentzündung der Lithium-Ionen-Batterie sehr hoch ist, die Chance. Deswegen wird das dann so abtransportiert. Aber wenn es brennt, dann brennt es lichterloh, gleich wie bei einem Verbrenner praktisch der Benzintank aufplatzen würde und in Brand geraten würde. Da schlagen die Flammen ja auch immer sehr hoch. Vielen Dank für die Infos an Christoph Tietgen vom ADAC Hansa. Gerne. Wir haben auch mal nachgefragt bei der Rederei Scandlines, wie sie die Situation sieht. Ein Interview wollte man uns dazu nicht geben. In einem schriftlichen Statement heißt es, bei Scandlines befördern wir alle Arten von Autos, auch Elektro- und Hybridautos. Die Scandlines-Fähren sind alle mit den von den zuständigen Behörden geforderten Feuerlöschgeräten ausgestattet. Und die Besatzungen sind entsprechend geschult. Außerdem heißt es, im Falle eines Brandes in einem Elektrofahrzeug werden wir das Deck evakuieren und uns darauf konzentrieren, die Ausbreitung des Feuers zu begrenzen und das Deck zu belüften, um eine Rauchentwicklung zu verhindern. Die Fähre würde sofort zum nächstgelegenen Hafen fahren. Zusammenfassend kann man sagen, dass im aktuellen Fall die Autofähre in der Nordsee der Autofrachter noch nicht gelöscht werden kann. Ein Auslöser war vermutlich ein Elektroauto. Diese brennen zwar nicht häufiger, dafür aber heftiger. Die Reedereien sehen aktuell keine Probleme mit E-Autos und transportieren sie auch. Die Fährrederei Scandlines hält auf Anfrage ihren Brandschutz für ausreichend. Weitere Informationen zu dem Fall und auch zu dem Stand der Löscharbeiten findet ihr auf der Internetseite des NDR. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017